Cassandra Machado war mit ihren 35 Jahren bereits eine legendäre Figur in der New Yorker Geschäftswelt. Mit ihren braunen Haaren, die ihr in sanften Wellen über die Schultern fielen, und einem Blick, der Entschlossenheit mit einem Hauch von Geheimnis mischte, war sie der Inbegriff des Erfolgs. Ihr Büro im 20. Stock eines Wolkenkratzers in Manhattan bot einen atemberaubenden Blick auf die Stadt, ein Symbol für ihren kometenhaften Aufstieg. Cassandra, das Treffen mit den japanischen Investoren war ein voller Erfolg, sie waren von deinem Vorschlag beeindruckt, sagte ihr Assistent Matteo und betrat das Büro mit einem triumphierenden Lächeln. Cassandra, die hinter ihrem Schreibtisch saß, nickte zur Antwort. Ihr Blick war bereits auf den nächsten Bericht gerichtet. Ausgezeichnet, Matteo, bereite die Unterlagen für die nächste Phase vor, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr Berufsleben war ein Kaleidoskop aus Verhandlungen, Besprechungen und schnellen Entscheidungen, doch außerhalb der Glas- und Stahlwände ihres Büros herrschte eine Leere, die sie nicht füllen konnte. Vor zwei Jahren ging eine Beziehung, die sie für die Liebe ihres Lebens hielt, in die Brüche, was ihr das Herz brach und sie zutiefst misstrauisch gegenüber der Liebe machte. In einer kalten Oktobernacht, als sie auf die beleuchtete Stadt unter ihr blickte, erinnerte sich Cassandra an John, ihren Ex-Verlobten. Du bist zu viel für mich, Cassandra, dein Ehrgeiz, ich kann dir nicht folgen. Das hatte er ihr in der Nacht gesagt, als alles vorbei war. Diese Worte halten in ihrem Kopf nach eine schmerzhafte Erinnerung an eine verlorene Liebe. Seitdem hatte sich Cassandra vor jeder Möglichkeit einer neuen Romanze geschützt. Ich kann es mir nicht leisten, wieder verletzlich zu sein, murmelte sie vor sich hin, während sie einen Stift zwischen ihren Fingern zwirbelte. Liebe ist eine Ablenkung, die ich nicht brauche. Ihre besorgten Eltern ermutigten sie immer dazu, auszugehen und neue Leute kennenzulernen. Cassandra konnte sich nicht von der Welt abkapseln, ihre Mutter bestand auf ihren seltenen Besuchen. Du brauchst jemanden, der dir zur Seite steht. Aber Cassandra blieb standhaft. Meine Karriere hat Vorrang, Mam, ich habe keine Zeit für Romantik. In diesem Büro, umgeben von Diagrammen und Berichten, fühlte sich Cassandra unbesiegbar, aber weit gefehlt. Die erfolgreiche Geschäftsfrau kämpfte innerlich gegen die Einsamkeit und die Erinnerung an eine Liebe, die ihr einst das Gefühl der Vollständigkeit gegeben hatte. Als das Jahresende näher rückte, waren die Straßen von New York mit Lichtern und Weihnachtsdekorationen geschmückt. Doch für Cassandra Machado war dies eine ständige Erinnerung an ihre Einsamkeit. Die erfolgreiche Geschäftsfrau, die tagsüber Meetings leitete und selbstbewusst wichtige Entscheidungen traf, fand sich inmitten der Weihnachtstraditionen, die ihrer Familie so wichtig waren, verloren. Es war ein kalter Dezemberabend und Cassandra befand sich in ihrer geräumigen Wohnung, die mit einem eleganten Minimalismus eingerichtet war, der ihre Persönlichkeit widerspiegelte. Ihr Telefon klingelte und der Name ihrer Mutter, Estela, erschien auf dem Display. Mit einem Seufzer nahm Cassandra ab. Hallo, Mam, sagte sie und versuchte, ihren Tonfall neutral zu halten. Cassandra, mein Schatz, wir planen schon das Weihnachtsessen, du kommst doch, oder? Alle freuen sich darauf, dich zu sehen, sagte Estela mit großer Begeisterung in der Stimme. Cassandra hat gezögert. Ja, Mam, ich werde da sein, keine Sorge. Cassandra, du weißt, dass dein Vater und ich uns Sorgen um dich machen, oder? Du arbeitest zu viel, wann bringst du jemand Besonderen mit, den wir kennenlernen können? Diese Frage, die sich Jahr für Jahr wiederholte, bereitete Cassandra ein unangenehmes inneres Gefühl. Mama, du weißt, dass ich mich im Moment auf die Arbeit konzentriere, ich habe keine Zeit für Beziehungen. Aber Liebling, du wirst nicht jünger, wir wollen Enkelkinder haben, eine Familie für dich. Cassandra spürte einen Anflug von Frustration. Mama, wir haben schon darüber gesprochen, ich bin noch nicht so weit. Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille, und dann seufzte Cassandras Mutter. Ist schon gut, Schatz, wir wollen nur nicht, dass du dich allein fühlst. Cassie legte den Hörer auf, setzte sich aufs Sofa und betrachtete den Weihnachtsbaum, den sie aus reiner Tradition aufgestellt hatte. Die Lichter leuchteten hell, aber auf sie wirkten sie leblos, ein Spiegelbild ihrer eigenen Gefühle. In diesen Momenten fragte sie sich, ob ihre Hingabe an ihrer Arbeit die Einsamkeit wert war, die sie fühlte. An diesem Weihnachtsfest würde Cassandra wie an den Vorangegangenen zu ihrer lieben und lauten Familie kommen, aber in ihrem Inneren wuchs das Gefühl der Isolation. Die Fragen ihrer Eltern nach Heirat und Kindern vergrößerten nur die Kluft zwischen ihrem wirklichen Leben und ihren Erwartungen an ein traditionelles Familienleben für sie. Während sie lächelte und an den Festlichkeiten teilnahm, konnte Cassandra nicht anders, als sich wie eine Fremde in ihrem eigenen Leben zu fühlen. Eine Beobachterin einer Welt, der sie sich nicht mehr zugehörig fühlte. Wenn du Cassandra wärst, würdest du auf deine Eltern hören und dich wieder für die Liebe öffnen, oder würdest du deine Karriere fortsetzen, ohne offen für eine neue Liebe zu sein, oder würdest du deine Liebe auf etwas anderes richten? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare hier. An Heiligabend fand sich Cassandra Machado allein in ihrer Luxuswohnung wieder. Die Glaswände boten einen Panoramablick auf das erleuchtete New York City. Der festliche Glanz draußen stand in starkem Kontrast zu der Stille in ihrem Haus. Von dem plötzlichen Wunsch beseelt, ihrer Einsamkeit zu entfliehen, zog Cassandra ihren Mantel an und beschloss, durch die Stadt zu fahren und Trost in der Weihnachtsbelöchtung und Dekoration zu suchen. Während sie durch die verschneiten Straßen fuhr, kam ihr Luxuswagen an versammelten Familien vorbei, an Paaren, die sich an den Händen hielten, und an lachenden Kindern unter den funkelnden Lichtern. Cassandra betrachtete jede Szene durch die beschlagenen Scheiben, was in ihrem Herzen einen Hauch von Melancholie hervorrief. So viele verschiedene Geschichten, murmelte sie vor sich hin. Und hier bin ich, allein in der Mitte von ihnen allen. Gedanken verloren wurde Cassandra langsamer, als sie sich einem örtlichen Park näherte, in dem die Bäume mit funkelnden Lichtern geschmückt waren. In diesem Moment fiel ihr etwas Unerwartetes ins Auge, ein kleiner, barfuß laufender Junge spielte allein auf dem kalten Pflaster. An jenem kalten Weihnachtsabend in New York waren die Straßen mit festlichen Lichtern geschmückt. Aber für einen kleinen Jungen, der barfuß und allein auf dem Bürgersteig saß, waren diese Lichter nur ein entfernter Schein. Er war ganz in seiner eigene Stille versunken und nahm die Hektik der Zeit um ihn herum nicht wahr. Seine von der Kälte zerknitterten Finger spielten ablenkend mit einem abgenutzten Stück Papier und formten es in verschiedene Formen. Cassandra Machado, die den Jungen bei seinem einsamen Spaziergang durch die Stadt bemerkt hatte, hielt das Auto an und näherte sich vorsichtig. Sie spürte die Besorgnis in ihrem Herzen, als sie sich dem Jungen näherte, dessen Anwesenheit im krassen Gegensatz zu der festlichen Stimmung stand, die ihn umgab. »Hallo«, sagte Cassandra mit sanfter Stimme und versuchte, ihre wachsende Besorgnis zu verbergen. »Ist alles in Ordnung mit dir?« Beim Klang ihrer Stimme hob der Junge abrupt den Kopf und entblößte seine Augen. Es waren Augen, die nicht sehen konnten, aber sie schienen Cassandras Anwesenheit mit einer spürbaren Intensität zu spüren. Er wirkte überrascht, aber nicht verängstigt, so als wäre die Anwesenheit eines Fremden ein ungewöhnliches Ereignis, aber nicht völlig unerwartet. »Wer bist du?« fragte das Kind mit ruhiger Stimme, aber einem Hauch von Neugierde. »Ich heiße Cassandra«, antwortete sie und kniete sich nieder, um ihm in die Augen zu sehen. »Und du?« »Ich heiße Erike«, antwortete er und drehte sein Gesicht zu ihr, als ob er mit seinen Ohren sehen wollte. Cassandra bemerkte, wie Erike das Stück Papier wie einen Talisman hielt. »Das ist ein schönes Flugzeug, das du da hast«, kommentierte sie und versuchte, eine Verbindung herzustellen. Erike lächelte, ein Lächeln, das sein junges Gesicht erhellte. »Das ist mein Flugzeug, ich bringe es zum Fliegen«, sagte er und wedelte mit dem Papier in der Luft, um einen Flug zu imitieren. Cassandra fühlte eine Welle der Erregung, als sie die Unschuld und die Fantasie des Jungen vor sich sah. »Magst du Flugzeuge?« fragte sie und versuchte, das Gespräch in Gang zu halten. »Ja«, antwortete Erike. »Sie können überall hinfliegen, weit weg von hier.« Erikes Worte, die voller Sehnsucht nach Flucht waren, klangen in Cassandra nach. Sie schaute sich nach Anzeichen für einen Betreuer um, aber er war allein. Die Situation des Jungen, der an Heiligabend barfuß und blinder saß, lastete schwer auf Cassandras Herz. Sie wusste, dass sie ihn nicht einfach dort lassen konnte, denn irgendetwas in ihr drängte darauf, dass sie mehr tun musste. An einem kalten Weihnachtsabend in New York fand sich Cassandra mit Chardo in einer Situation wieder, die allem widersprach, was sie kannte. Sie saß neben Erike, dem barfüßigen blinden Jungen, auf dem schneebedeckten Bürgersteig und versuchte, seine Geschichte zu verstehen. Der kalte Wind wehte, aber Erikes Geschichte jagte Cassandra Schauer über den Rücken. »Erike, wo sind deine Eltern?«, fragte Cassandra mit sanfter Stimme, um ihre wachsende Besorgnis zu verbergen. Erike zuckte mit den Schultern, mit einem resignierten Ausdruck auf seinem jungen Gesicht. »Ich weiß es nicht, sie haben mich hier gelassen,« sie sagten, »sie kämen zurück.« Als er versuchte, weiter zu sprechen, verstummte seine Stimme und hinterließ eine schwere Stille in der Luft. Cassandra spürte einen Schmerz in ihrem Herzen. »Warst du seither allein hier?«, fragte sie und versuchte, ruhig zu bleiben. Erike nickte, »Ja, es geht mir gut, manchmal geben mir die Leute etwas,«, sagte er und meinte damit die Almosen. »Aber warum haben dich deine Eltern hier zurückgelassen?« »Ich verstehe das nicht,« murmelte Cassandra. In diesem Moment erzählte Erike von einer noch dunkleren Realität. »Sie haben mich benutzt, um Geld zu erbetteln, die Leute haben mehr Mitgefühl, wenn sie ein blindes Kind sehen.« Seine Stimme war leise, als ob er ein schändliches Geheimnis preisgeben würde. Cassandra fühlte eine Mischung aus Wut und Traurigkeit. »Das ist schrecklich, Erike, niemand sollte ein Kind so ausnutzen.« »Wurden sie blind geboren?« Erik nickte. »Ja, ich war schon immer so, aber ich höre viele Dinge, ich nehme die Welt anders wahr.« In Erikes Worten lag eine Weisheit jenseits seines Alters. Cassandra betrachtete den Jungen neben ihr, dessen Haare vom Wind zerzaust waren und dessen Gesicht von Unschuld und Unglück gezeichnet war. Sie erkannte, dass Erike trotz seiner Blindheit die Welt auf eine Weise sah, die sie nie verstehen konnte. »Es tut mir leid, Erike«, sagte Cassandra, »ihre Stimme war voller Gefühl.« Du verdienst viel mehr als das Erike«, wandte ihr sein Gesicht zu, ein trauriges Lächeln auf den Lippen. »Daran bin ich gewöhnt, so ist das Leben, schätze ich.« Erikes Entschlossenheit im Angesicht so vieler Widrigkeiten berührte Cassandra tief. In diesem Moment wusste sie, dass sie ihn nicht einfach so stehen lassen konnte. Es weckte etwas in ihr, ein Bedürfnis nach Schutz und Fürsorge, von dem sie gar nicht wusste, dass sie es hatte. An jenem kalten Weihnachtsabend waren die Straßen von New York voller Freude und Festlichkeiten. Doch für Cassandra Machado sah die Realität anders aus. Vor ihr stand Erike, ein blinder und hilfloser Junge, dessen Lebensgeschichte ihr Herz tief berührt hatte. Fest entschlossen, etwas für ihn zu tun, traf Cassandra eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern sollte. »Erike, ich werde dir helfen, aber wie wäre es, wenn ich dir zuerst ein paar neue Kleider kaufe?« sagte Cassandra und reichte dem Jungen ihre Hand. Erike lächelte, mit einer Mischung aus Überraschung und Dankbarkeit auf seinem Gesicht. »Das wäre wirklich toll, danke«, antwortete er, und seine Stimme zitterte vor Aufregung. Cassandra ging mit Erike durch die beleuchteten Straßen zu einem Bekleidungsgeschäft, wo sie warme, bequeme Kleidung aussuchten. Cassandra beobachtete Erike mit Bewunderung, trotz seiner schwierigen Situation zeigte er eine Unverwüstlichkeit und Lebensfreude, die sie beeindruckte. Nach dem Einkaufen beschloss Cassandra, Erike nach Hause zu bringen. Auf dem Weg dorthin überlegte sie, wie sie die Anwesenheit des Jungen ihrer Familie erklären sollte, in der Vorurteile und harte Urteile tief verwurzelt waren. Cassandra wusste, dass sie Erike vor jeder respektlosen Behandlung schützen musste. »Erike, ich werde meiner Familie sagen, dass du über die Feiertage mein Aushilfssohn bist«, erklärte Cassandra während der Fahrt. »Manchmal können sie schwierig sein, ich möchte nicht, dass du als Straßenkind misshandelt wirst.« Erike nickte und verstand die Situation. »Es ist in Ordnung, Cassandra, ich vertraue dir.« Als sie in Cassandras luxuriösem Haus ankamen, stellte sie Erike als ihren vorübergehenden Sohn der Familie vor. Es war eine Geschichte, die mit Überraschung, aber auch mit Akzeptanz aufgenommen wurde. Während der Party konnte Cassandra nicht anders, als von der Art und Weise, wie Erik sich an seine neue Situation anpasste, bezaubert zu sein. Er unterhielt sich mit den Gästen, erzählte Geschichten und lachte mit einer Authentizität, die die Luft erfüllte. Cassandra beobachtete all dies mit einem Lächeln im Gesicht, Erikes Anwesenheit gab der Feier eine neue Bedeutung und füllte eine Leere, von der sie nicht einmal wusste, dass sie existierte. Sie ertappte sich dabei, dass sie mehr als sonst lachte und plauderte, angesteckt von der einfachen Freude des Jungen. »Gefällt dir das Fest, Erike?« fragte Cassandra, als sie sich zum Essen setzten. »Ja, sehr, es ist wie ein Traum«, antwortete Erike mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht. An diesem Abend wurde Cassandra klar, dass das Mitgefühl, das sie dazu gebracht hatte, Erike zu helfen, sich in etwas Tieferes verwandelt hatte. Sie sah in ihm nicht nur ein Kind in Not, sondern eine freundliche Seele, von der sie viel über das Leben, die Widerstandsfähigkeit und das wahre Wesen von Weihnachten lernen konnte. An jenem kalten Dezemberabend öffnete Cassandra Machado die Türen ihres geräumigen und elegant dekorierten Hauses für Erike, den blinden Jungen, den sie als Obdachlosen auf den Straßen von New York gefunden hatte. Während Erike die Wärme und den Komfort von Cassandras Haus bewunderte, bemühte sie sich, ihm die nötige Pflege zukommen zu lassen. »Erike, warum nimmst du nicht ein heißes Bad, während ich dir etwas zu essen mache?« schlug Cassandra vor und führte ihn liebevoll durch den Korridor. »Das klingt großartig, danke«, antwortete Erike. Ein dankbares Lächeln bildete sich auf seinen Lippen. Während Erike duschte, bereitete Cassandra eine nahrhafte Mahlzeit zu und dachte dabei an die Einfachheit seiner Bedürfnisse, ein Zuhause, Liebe und Geborgenheit. Sie setzten sich gemeinsam an den Tisch, und Cassie freute sich, dass Erike jeden Bissen genoss, als wäre er ein Schatz. »Das ist das beste Essen, das ich je gegessen habe«, sagte Erike mit einer Stimme voller Aufrichtigkeit. Cassandra lächelte und spürte eine Welle der Begeisterung. »Das hast du verdient, Erike, viel mehr als das.« Die Nacht verging, und Cassandra bereitete ein bequemes Zimmer für Erike vor. »Das wird dein Bett sein, ich hoffe, du fühlst dich hier sicher«, rief sie aus und wünschte ihm eine gute Nacht. Am nächsten Tag wurde die Stille jedoch je unterbrochen. Ein lautes Klopfen an der Tür verriet Erikes Eltern, ein Paar, das überraschenderweise nicht in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken schien. Sie verlangten, dass Erike zu ihnen zurückkam. »Erike ist unser Sohn und er muss nach Hause kommen«, sagte Erikes Vater mit einem Ton der Autorität. »Angesichts dessen wusste Cassandra, dass sie Erike nicht erlauben konnte, in dieses Leben der Ausbeutung zurückzukehren.« Sie war entschlossen, um das Wohl des Kindes zu kämpfen, koste es, was es wolle. An jenem stürmischen Morgen, als Erikes Eltern auftauchten und seine Rückkehr verlangten, bekam Cassandra Machado einen Eindruck davon, was es bedeutet, wirklich beschützend zu sein. Als sie dem Paar an der Haustür gegenüberstand, fühlte sie eine Mischung aus Empörung und Entschlossenheit. Erikes Anwesenheit hatte ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben und eine Seite von ihr zum Vorschein gebracht, die sie nie gekannt hatte. »Du hast kein Recht, Erike so zu behandeln«, rief Cassandra mit fester Stimme, die im Flur wiederhallte. Ihn zum Betteln zu benutzen, obwohl er ein Zuhause voller Liebe und Geborgenheit verdient, ist inakzeptabel. Erikes Eltern, die von Cassandras Entschlossenheit überrascht waren, versuchten zu kontern. »Er ist unser Sohn und wir entscheiden, was das Beste für ihn ist«, sagte der Vater mit einem Ton der Autorität. Cassandra sah sie an. »Das ist das Beste für ihn?« »Allein auf der Straße, barfuß und in der Kälte, das ist das Beste, was ihr tun könnt?« Erikes, der sich an Cassandras Seite klammerte, murmelte leise. »Ich möchte hier bleiben, ich fühle mich bei Cassandra sicher.« Sie drehte sich zu Erike um und ging in die Hocke, sodass sie auf gleicher Höhe mit ihm war. »Erike, du bist stark und mutig und du verdienst viel mehr, als sie dir bieten können.« Zu Erikes Eltern gewandt, behielt Cassandra ihre Position bei. »Sie sind hier nicht willkommen, ich werde nicht zulassen, dass sie Erike in ein Umfeld der Vernachlässigung und des Missbrauchs bringen, er bleibt bei mir.« Als die Eltern merkten, dass sie gegen Cassandras Entschlossenheit nichts ausrichten konnten, gingen sie unter leeren Drohungen. Cassandra schloss die Tür hinter sich und spürte ein Gefühl der Erleichterung, das sich mit einer neuen Verantwortung vermischte. In den folgenden Tagen veränderte sich Cassandras Haus, das einst ein Symbol für ihr einsames, auf die Arbeit ausgerichtetes Leben war. Erike mit seinem unschuldigen Lachen und seiner einfachen Freude erfüllte die Atmosphäre mit Wärme und Leben. Sein Lachen heilte von den Wänden wieder und erfüllte jede Ecke mit einem Gefühl von Heimat. Cassandra beobachtete Erike beim Spielen im Wohnzimmer und lächelte dabei. »Ich hätte nie gedacht, dass mein Haus so lebendig wirken könnte,« dachte sie. Erikes Anwesenheit gab ihr nicht nur einen neuen Sinn, sondern weckte auch eine Zärtlichkeit und Zuneigung in ihr, von der sie nie gewusst hatte, dass sie sie hatte. Sie setzte sich neben ihn und half ihm beim Zusammensetzen eines Puzzles. »Erike, du hast mir gezeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt,« sagte Cassandra mit Dankbarkeit in der Stimme. Erike lächelte und sein Gesicht erhellte sich. »Du bist die Beste, Cassandra, du bist wie eine Mutter für mich.« In diesem Moment wusste Cassandra, dass sich ihr Leben für immer verändert hatte. Was als ein Akt des Mitgefühls begann, war zu etwas viel Größerem geworden, zu einer improvisierten, aber echten und liebevollen Familie. An einem bewölkten Wintertag saß Cassandra Machado in ihrem Büro und blickte nachdenklich aus dem Fenster auf die belebten Straßen von New York. Sie hielt das Telefon entschlossen in der Hand, bereit, einen der wichtigsten Anrufe ihres Lebens zu tätigen. Nach kurzem Überlegen wählte sie die Nummer von Eduardo Hernandez, ihrem vertrauten Anwalt. »Edoardo, hier ist Cassandra, ich brauche deine Hilfe in einer sehr wichtigen Angelegenheit,« begann Cassandra mit ernstem Ton in ihrer Stimme. »Edoardo, immer professionell,« antwortete sofort. »Natürlich, Cassandra, was kann ich für dich tun?« Cassandra holte Tiefluft, bevor sie fortfuhr. »Es geht um ein Kind, Erike, das von seinen Eltern im Stich gelassen wurde, und ich möchte es adoptieren.« »Und ich möchte seine Eltern wegen Missbrauchs verklagen, denn was sie getan haben, ist inakzeptabel.« Edoardo, überrascht von der unerwarteten Anfrage, aber sensibel für die Situation, reagierte mit Verständnis. »Ich verstehe den Ernst der Lage, wir werden alles tun, was nötig ist, damit Erike eine bessere Zukunft hat.« »Wir brauchen alle Informationen über den Fall, und ich werde mich persönlich um das Adoptionsverfahren und die rechtlichen Schritte gegen die Eltern kümmern.« »Danke, Edoardo, das bedeutet mir und Erike sehr viel,« sagte Cassandra und spürte, wie ihr eine Last von den Schultern genommen wurde. »Cassandra, du weißt, dass ich die Sache mit der nötigen Sorgfalt angehen werde.« Erike hat Gerechtigkeit und ein liebevolles Zuhause verdient, versicherte Edoardo ihr. In den nächsten Tagen arbeiteten Cassandra und Edoardo gemeinsam an dem Fall, nahmen Aussagen auf, organisierten Dokumente und bereiteten sich auf die Anhörungen vor. Edoardo zeigte unermüdlichen Einsatz, motiviert durch die Ungerechtigkeit, die Erike erlitten hatte. Während dieses Prozesses wurde die Beziehung zwischen Cassandra und Erike immer enger. Mit jedem Tag, der verging, bewunderte Cassandra Eriks Unverwüstlichkeit und Freude. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, widmete sie sich der Schaffung eines sicheren und liebevollen Umfelds für ihn und wartete sehnsüchtig auf den Tag, an dem sie ihn offiziell ihren Sohn nennen konnte. Die Geschichte von Cassandra Machado und Erike hat ihr emotionalstes und bedeutendstes Kapitel erreicht. An einem Winternachmittag, als der Schnee sanft über New York City fiel. Im Gerichtssaal, in dem ihr Schicksal besiegelt werden sollte, hielt Cassandra Eriks Hand mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung. Schließlich verkündete der Richter seine Entscheidung, Cassandra würde rechtmäßig Erikes Adoptivmutter werden. Frau Machado, ab heute sind sie Erikes legale Mutter, herzlichen Glückwunsch, verkündete der Richter mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Cassandra empfand unbeschreibliche Erleichterung und Freude. Sie drehte sich zu Erike um, ihre Augen leuchteten vor Glücksträhnen. Erike, wir haben es geschafft, jetzt bist du offiziell mein Sohn, sagte sie, und ihre Stimme brach vor Rührung. Erike antwortete mit einem strahlenden Lächeln. Das habe ich immer gewusst, Cassandra, du warst immer wie eine Mutter für mich. Als sie das Gerichtsgebäude verließen, streichelten Schneeflocken sanft ihre Gesichter und symbolisierten einen Neuanfang. In den folgenden Monaten wurde das Leben von Cassandra und Erik zu einer Reihe von gemeinsamen Entdeckungen und Freuden. Cassandra, die sich immer auf ihre Karriere konzentriert hatte, entdeckte in der Mutterschaft eine neue Welt. Er bewunderte jeden Fortschritt von Erike, jedes Lachen, jeden Moment des reinen Glücks, den sie miteinander teilten. Und dann kam Weihnachten, das erste Fest, das sie gemeinsam als Familie feiern würden. Cassandras Haus war liebevoll geschmückt, und jede Dekoration spiegelte die Wärme und Liebe wieder, die nun jeden Winkel erfüllte. Erike half mit seiner kindlichen Neugier und Freude beim Schmücken des Baumes, berührte jedes Ornament und stellte Fragen zu dessen Farben und Formen. Das ist das schönste Weihnachten aller Zeiten, rief Erike aus, während er die Beschaffenheit der Ornamente fühlte. Cassandra beobachtete Erike mit einem liebevollen Lächeln. An diesem Abend, als draußen der Schnee fiel, saßen Cassandra und Erike am Esstisch. Sie stießen auf die Liebe, die Familie und die Zukunft an. Cassandra sah Erike an, der nun ihr Sohn war, und empfand große Dankbarkeit. Sohn, du hast mir die Freude der Mutterschaft gebracht und mir gezeigt, was im Leben wirklich zählt, sagte Cassandra und drückte seine Hand. Erike lächelte und drückte ihre Hand. Und du hast mir ein Zuhause, Liebe und Geborgenheit gegeben, du bist die beste Mutter der Welt. Gemeinsam feierten sie ein Weihnachtsfest voller Glück, Liebe und Hoffnung, denn sie wussten, dass sie trotz aller Herausforderungen ineinander die Familie gefunden hatten, die sie sich immer gewünscht hatten. Ciao! Vielen Dank.